Was mach ich? Ich baue mich unnötig hoch, um zu gucken, ob der Scheißding funktioniert. Monsterfalle macht mich irgendwann noch fertig. Ja gesunder, Hachibu. Ja, tschöne. Ja doch, 93 sind's. Dann sollte ich mich hier ein bisschen verpissen, eventuell. Aber nur ein bisschen. Ach ja, guck mal, da ist ein Kopf. Sehr schön, das funktioniert ja einwandfrei. Zwei davon brauche ich, ne? Okay, kann ja wieder gehen. Schaut's bei dir aus? Okay. Warum Malachit? Was ist Malachit? Keine Ahnung. Jetzt schaue ich nach meinem Leder. Eventuell hole ich mir einen goldenen Lesser und dann gehe ich mal auf Tiersuche. Da, goldenen Lesser. Ähm. Ja, ich brauche doch mal mit dem Leder. Und jetzt gehen wir dann bestimmt die Strings aus. Kein Leder. Ein Leder, wow. Ich brauche Tiere. Wo finde ich denn jetzt Tiere? Ich brauche nur da sonst zwei Kühe und zwei Schafe. Ach, die haben mich sogar umpist, weil überall will ich hier rumrennen. Ja, das ist super. Die findest du schon. Die findest du schon. Die findest du schon. Ich geh erst Penn. Du bist ja immer noch im... Ja. Okay. Es wäre aber schön, wenn ich Dächer auf meine Häuser bauen würde. Na, das macht das Ganze zu einfach. Mal anscheinend. Ich habe schon wieder Hunger. Ich koche jetzt dann einfach. Super umständlich. Aua. Real Life oder Minecraft Hunger? Minecraft. Ja. Ich habe da nicht vorhin irgendwas reingeschüttet. Nee, das habe ich schon. Okay. Und wo geht es denn jetzt so? Äpfel. Der beste Freund der Chi. Na, Ananas. Ich habe hier keine Ananas, deswegen nein. Aber warum denn? Ich finde Ananas völlig cool. Ich habe die hier aber nicht. Die sind so schnell geschafft, oder? Nee, ich habe Perms Harvestcraft nur. Die Ananas sind von Plans. Ja, aber warum hab ich Ananas? Weiß ich nicht. Wie sagt ihr? Ja, Gesundheit. Ja, ja. Dankeschön. Gesundheit. Ja, ja. Die sagen es immer. Die sagen es alle. Und dann sind sie krank. Keiner meint so. Keiner meint so. Oha, love. Gesundheit. Ja, ja, ja. Die sagen es immer. Die sagen es immer weiter. Das ist immer wieder. Das war einfach unruhig. Das ist immer unruhig. Warum? Es wurde gerade auf mich geschossen. Ich glaube, ich klaue eine Serverleiche in Schafröhe. Ich hab was Moon hören. Eine Kuh. Hi. Kuh. Ich nehme dich mit. Einfach so. Jetzt gehörst du mir. Mir ganz allein. ich bin viel zu weit nördlich ich bin viel zu weit nördlich nein kuh auf Zaun war nicht so gut ja ich habe eine kuh okay kuh Nummer zwei vielleicht hätte ich mir mehr golden Lassos brauchen sollen aber golder als aktueller Mangelware nö dem die da glaub ich hab genoogen gold naja das sagst du jetzt noch sobald du anfängst den größeren reaktor zu bauen wirst du nicht genug gold haben die ganze scheiße man jetzt schon machen muss so viel mit gold hat der Oro hier irgendwo Kühe ich glaube Oro jetzt seine Kühe weil er kommt wieder er hat ein Pferd super und da ist ein Loch toll du bist da einfach in ein random Loch reingelaufen ja das waren Wurzeln von den scheiß Bäumen die er hier gepflanzt hat warum wir sind doch close drum was ach im deep dark ja warum hat denn da keine Treppen hingemacht geht da sein Hütchen geht da sein Hütchen da ist sein eines Pferd ich glaube er hatte hier keine Kühe das ist schlecht oh nicht mal looten kann man dich für was bist du gut gib mir Kühe ich brauch Kuh zweite Kuh yes Kuuu das Verderbens gewicht natürlich macht total Sinn was du sagst ja also nein ja nein wenn du da bist und sehen würdest was ich gerade sehe dann würde das Sinn ne doch Redstone flüssig scheiß weg ach flüssige Redstone ja der ist ein bisschen nervig ja jese wow vielleicht hat denn meine rödereskeleten ist dann schon in köpfen gelassen fünf vier Ein Stück bräuchte ich. Easy. Ja. Oh, guck mal. Spinnenweben. Brauch Strings. Strings. Yes. Nur noch mehr? Nee. Ich hätte Durability vor allem zeigen, das hochschmeißen sollen. Ich bin schon so lange da herrunken auf meiner Bühne, solange die Durability noch da ist. Das ist auch immer so mein Ding. So, ich mach nur noch so lange, bis die Durability weg ist. Ja. Mhm. Nie wieder mache ich das, dass sie Durability auf was levelt. Aber oft brauchst du sie halt auch einfach. Leider. Mir schläft mein Arm ein, weil ich mit meinem kleinen Finger auf die Shift-Taste drücke zum Rennen. Sonst sitzt er rinnen auf der untere Taste. Nein. Okay. Kuh. 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 Jetzt bin ich wieder drinnen. Wann bin ich jetzt wieder drinnen? Scheiß Hühnchen. Komm her. Los, du auch. Komm her. Was ist jetzt ein Hühnchen? Nee, da ist noch eins. Scheiß verkacktes Hühnchen. Du kannst nicht mit dem Hühnchen rinnen. Doch. Aber zieht keine Tech. Nein, Hühnchen sind einfach kacke. Okay. No. Play. Nee, jetzt ist Prost. Play. Ach, da ist einfach kein Essen drin. Das macht Sinn, dass es da nicht geht. Blöde Hühner. Du blöde Henne. Ah. Einmal Weizen abernten. Ich sollte dann vielleicht den Separator ausschalten, bevor ich das jetzt mache. Sonst gibt es dann gleich wieder Hackschnitzel mit der Kuh. Oh, no. Mit und von der Kuh. Oh, no. Ach nee, der ist eh gepaust. Okay. Halt. Stimmt, ich hätte doch einfach da runter gehen können. Ist ja viel einfacher gewesen. Na gut. Dann halt so. Now I have a baby Kuh. Wuhu. Is a baby Kuh. Ja. B-B-Kuh. Okay. Geh mal da. Oh wow, ich hab keinen Platz mehr für die Seeds. Einfach zu voll. 16x64 Seeds habe ich schon. Kommt hier weg. Wiedersehen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Grüßt für den Gerdgut. So. Ich geh zu meinen Fallen. Laterne. Meine Laterne zu mir. Kein Leder. Kein Leder. Auch hier ist der Scheißfallen. Aber ich werde nicht mehr... Oh Mann. Braucht er nur noch dieses Backpack Unterteil. Bottom ne. Ich hab Mittel. Top. Bottom. Bottom. es ist so nervig aber gut theoretisch vermehrt sich ja meine kühe jetzt wieder theoretisch bist du noch im diebtag bitte bitte schlafen schlafen bei bedarf ich schlafe und vermutlich nur der nächste folgen im diebtag spannend bei dir ich mein schon wirklich lang jetzt es auch ist mir kommt es nicht so vor als ob ich wirklich viel mehr sachen hätte es zuvor dann meinst du falsch aber im mord ist toll ich muss doch unten ja ich stelle meine quarry einfach ins dick tag das ist einfach nach ihrem überschiffen ja irgendwann mal machen aber dazu auch im mob oder wie es ist das was man kann man kann ja ja okay ja ja auch ich glaube ich kann das sind bilder bauen Bilder Bilder Fällt uns da noch ein Kopf Aber der eine Kopf kommt bestimmt bald Da brauche ich den Bilder Bilder Wither Builder Mehr Gold Habe ich so Sinn? Ja ich habe so Sinn noch dabei Ich habe einen Wither Builder Wither Builder Yes Sehr gut Auch der Po Ladung den Souls Und die Köpfe Weil wenn ja ist es schlecht Wahrscheinlich Ich kann es mir kurz vorstellen Ich will leider auch Ja 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 Jetzt muss ich noch warten bis da Ein 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 Kopf noch ist Na wie läuft es bei dir Ja 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 Da, 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 da. Jetzt hab ich eine Blume auch ein bisschen abgebaut. Nein. Blumen sind so nervig, weil sie einfach nur plötzlich im Inventar wegnämmen muss. Oder sie nur bloß. Vor allem, gehört die da tatsächlich hin? Das ist Teil meiner Deko. Oh, dann ist sie nur schlimmer. Weil ich tatsächlich mal versucht habe, den Quatsch hier hübsch zu machen. Ah, das waren nur Zeiten. Ja. Als ich jetzt noch die Hoffnung hatte, dass es hier irgendwann mal hübsch aussehen wird. Stimmt, die muss eigentlich bei mir mal ja klar ein bisschen schöner ausschauen lassen. Das ist ja okay, wenn es so scheiße wie bei mir. Sehr gut, meine Maschine hier macht auch Plus. Ui, die Lava kommt runter. Ui, die kommt runter. Ist nicht gut. Weg, 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 weg. Da, 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 da. Nieten. Entschuldigung. Was hat das für ein Ton? Ich habe meine Maschine wieder ausgemacht. Nieten. Und die macht dann Nieten. Nieten. Ich mag die Maschine wegen dem Ton. Nieten. Nieten. Na, wie sieht es aus? Habt ihr noch einen Kopf für mich? Ja, Early. Am 35, 60. Nachdem. core und tyler. großartig. Ja.